Weihnachten naht. Trotzdem versorgen wir Sie auch heute wieder mit drei spannenden Themen in den HS-Steuernachrichten. Kürzung des Werbungskostenabzugs bei steuerfreien Leistungen aus einem Stipendium, Verzicht auf das Recht zur Privatliquidation, steuerbar und steuerpflichtig, und das Vordruckmuster UST1-TN. Eva absolvierte im Rahmen einer Zweitausbildung ein Masterstudium in den USA. Hierfür erhielt sie ein Stipendium. Die monatlichen Stipendienraten wurden zur Bestreitung des Lebensunterhalts in den USA gezahlt. Erstattet wurden zum Beispiel die Kosten für die Wohnung und die Verpflegung, sowie anteilige Studiengebühren und Reisekosten. Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung machte Eva für diese Aufwendungen Werbungskosten geltend. Die erhaltenen Stipendienleistungen brachte sie ihr dabei nicht in Abzug. Zu Recht? Nein, urteilte jetzt der BfH. Grundsätzlich führt die Erstattung von Werbungskosten zu steuerbaren Einnahmen, und zwar bei der Einkunftsart, bei der die Aufwendungen zuvor als Werbungskosten abgezogen wurden. Letztlich wird dadurch der Werbungskostenabzug bei Zufluss der Einnahmen rückgängig gemacht. Da die Leistungen aus einem Stipendium nach § 3 Nr. 44 des Einkommensteuergesetzes aber steuerfrei sind, konnten die Werbungskosten bei Eva nicht kompensiert werden. Hier greift aber der § 3c Absatz 1 ESTG ein. Zwischen der steuerfreien Stipendienleistung und den beruflich veranlassten Bildungsaufwendungen bestand ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang. Im Fall von Eva durften die Werbungskosten, soweit dafür das Stipendium gewährt worden ist, deshalb nicht von vornherein abgezogen werden. In einem Urteilsfall war fraglich, ob der Verzicht auf das Recht zur Privatliquidation gegen Ausgleichszahlungen zu steuerbaren Umsätzen führt. Aus einer zulässigen Nebentätigkeit erzielte ein Arzt Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Diese Tätigkeit übte er in einer Klinik aus. Die Umsätze hieraus waren gemäß § 4 Nr. 14 des Umsatzsteuergesetzes steuerfrei. Daneben war er bei der Klinik beschäftigt und hatte einen Lehrauftrag bei einer Universität. Für Zwecke der Neuorganisation der Klinik schlossen die Klinik und der Chefarzt eine Vereinbarung. Sie beinhaltete, dass der Mediziner auf die Leitung der Klinik sowie das Recht zur Privatliquidation gegenüber seinen Patienten verzichtet. Für diesen Verzicht und zur Abgeltung finanzieller Nachteile erhielt er von der Klinik monatlich einen Ausgleichsbetrag. Entgegen der Meinung des Mediziners entschied der BfH, dass hier eine steuerbare Verzichtsleistung vorliegt. Eine etwaige Steuerbefreiung schloss er ebenfalls aus. Steuerbefreit sind die Heilbehandlungen, also die Leistungen, die der Diagnose, der Behandlung und soweit möglich der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienen. Der Verzicht auf das Privatliquidationsrecht dient weder der Behandlung, Linderung oder Vorbeugung einer Krankheit und fällt daher mangelstherapeutischen Zwecks nicht unter die Steuerbefreiung. Die Leistung des Arztes ist steuerbar und nicht gemäß § 4 Nr. 14 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes steuerfrei. Benötigen deutsche Unternehmer für die Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem Drittstaat eine Bestätigung ihrer Unternehmereigenschaft, können sie beim zuständigen Finanzamt eine entsprechende Bescheinigung beantragen. Hierzu steht ein neues Vordruckmuster namens UST1-TN, Nachweis der Eintragung als Steuerpflichtiger bereit. Wird für Zwecke der umsatzsteuerlichen Registrierung im Ausland eine Bestätigung der umsatzsteuerlichen Erfassung erforderlich, ist ebenfalls dieses Vordruckmuster anzuwenden. Das war es mit den Steuernachrichten für dieses Jahr. Wir wünschen Ihnen eine tolle Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie es gut!